Der Energy Soundtrack. Die Show für lokale Newcomer-Bands. Heute ist der Energy Soundtrack mal ganz verrückt und besonders. Wie ihr merkt, ich bin nicht Ralf Potzus. Ich bin Nina, heute in Vertretung dafür Ralf. Trotzdem wird es natürlich für die beste Band beim Energy Soundtrack immer noch den eigenen Plattenvertrag abzuräumen. Sponsored by Energy. Und ich habe mir natürlich auch eine Band eingeladen. Heute bei mir zu Gast sind Stefan, Charlie und Patrick von der Band Blockheads. Hallo. Hi, servus. Aber obwohl ich hier zum allerersten Mal den Energy Soundtrack aufnehme, geht es euch nicht so. Ihr wart schon mal da. Ja, das stimmt. Wir waren 2013 schon mal da. Da habt ihr leider, wie soll ich sagen, ein bisschen abgelostet. Sehr nett von dir. Ich weiß, so bin ich. Aber ihr bekommt natürlich, weil wir so nett sind, eure zweite Chance. Sie waren schon einmal dabei. Jetzt bekommen sie ihre zweite Chance. Und wenn es wieder nichts wird, dann sind sie wahre Loser. Wie schlimm wäre es denn für euch, die absoluten Loser zu sein? Wir würden es überleben. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir auf den zweiten oder dritten Platz rutschen. Wir waren 2011 damals beim YouTube Secret Talents Wettbewerb und haben es dort leider auch nur auf den dritten Platz geschafft. Was ist das für ein Wettbewerb? Das ist ein Wettbewerb, wo YouTube sich eben aus verschiedensten Einsendungen Talente raussucht. Also die Talente sind jetzt nicht irgendwie spezifisch Musik, sondern man kann auch... Ein Rad fahren. Zum Beispiel. Damals waren wir bei circa 3000 Mitbewerbern dabei und sind eben nur auf den dritten Platz gekommen damals. Also komm, dritter Platz bei 3000 ist ja wohl echt nicht zu verachten. Beim Soundcheck hat es letztes Mal nicht geklappt. Woran lag es? Die Konkurrenzband Me & Rias war einfach unglaublich gut. Und es war ja ein sehr knappes Ergebnis. Ich glaube, der Unterschied waren 10.000 oder 20.000 Votes. Was natürlich nach sauviel klingt, aber es waren halt im 100.000er Bereich. Und deswegen definitiv ein verdienter zweiter Platz. Und das haben wir ihnen auch gekönnt. Kurze Erklärung. Me & Rias war die Band, die vor zwei Jahren den Energy Soundcheck gewonnen hat und jetzt den eigenen Plattenvertrag von uns bekommen hat. Ja, also immer so auf dem zweiten Platz zu landen, das ist dann doch ein bisschen unangenehm, oder? Ja, es langweilt langsam ein bisschen. Wir würden gerne auf die Eins kommen. Wie habt ihr euch jetzt verbessert? Wie könnt ihr jetzt auf die Eins kommen? Was habt ihr seitdem gemacht? Wir haben einen Schmuse-Song jetzt. Das ist schon mal gut für alle Mädels. Vielleicht funktioniert das jetzt und wir haben ein bisschen mehr weibliche Fans dadurch, die jetzt vielleicht ganz fleißig voten und klicken. Schmuse-Songs gehen immer gut bei Mädels. Wie heißt der denn? Der heißt Fallen. Fallen. Okay, klingt auf jeden Fall mal schon sehr nach Alice Jackies. Gibt es da irgendwie ein bestimmtes Mädchen für den, die ihr den Song geschrieben habt oder wollt ihr damit einfach die ganze Mädelswelt ansprechen? Der Song ist damals entstanden tatsächlich, als ich mit meiner Ex-Freundin zusammen war. Textlich handelt er eben von einem Ereignis, was eigentlich sie sehr beschäftigt oder belastet hat. Deswegen war das schon so eine kleine Widmung zu der Zeit eigentlich für sie. Auch wo ich mir dann das erste Mal vorgespielt habe, wo er dann fertig war, ist er die Tränen ausgebrochen und dann wusste man eigentlich, dass er nicht schlecht sein kann. Oh, voll romantisch. Jetzt natürlich ein bisschen unangenehm im Nachhinein, oder? Ja, jetzt ist er natürlich für alle Frauen da draußen. Ach so. Ja, wenn es die eine nicht ist, dann sind es einfach alle. Dann hören wir mal rein. Jawohl. So many words were left unspoken. A painful silence came to stay. And why can I help myself? I'm broken. It is pulling me down. And drown awake. If I want to save me, I have to face the truth. To save me, all I need is you. To rescue me. Yeah, to rescue me. Yeah, to rescue me. Tell me what will it be, that we are getting colder. What will it be, that nobody cares. Is it worth it, that we are getting colder? And what will it be, that we are getting colder. And when I am broken, would you even notice? Would you stand right next to me, right now? Would you stand right next to me, right now? Would you stand right next to me, right now? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin nicht Ralf Pozzus, ich bin Nina, ich mache heute den Energy Soundcheck und diesen Monat ist es ganz verrückt, wir haben ein paar Loser-Bands zu uns ins Studio eingeladen. Hey! Das war jetzt gemein. So war es nicht gemein, aber wir haben in diesem Monat ein Special. Sie waren schon einmal dabei. Jetzt bekommen Sie Ihre zweite Chance. Und wenn es wieder nichts wird, dann sind Sie wahre Loser. Und heute ist eine Band da, die es sogar fast geschafft hat. Die hat sogar fast den Plattenvertrag bekommen. Zweiter Platz damals geworden vor zwei Jahren. Und das waren Blockheads. Hi! Servus! Bei mir sind Patrick, Stefan und Charlie. Und Blockheads, das heißt doch eigentlich Dummköpfe, oder? Nein, es heißt Vollidioten. Achso. Wieso nennt man sich so? Also ich habe den Namen tatsächlich vorgeschlagen und ich glaube, die anderen wussten gar nicht, was es heißt. Was immer gut ist. Und bei Blockheads war es tatsächlich so, dass ich gleich ein Logo im Kopf hatte. Ja und apropos Vollidioten. Letztes Mal beim Energy Soundcheck, als ihr da wart, da habt ihr auch komplett abstrus falsche Leute gegrüßt. Oder wie war das? Nicht ganz. Also wir hatten damals Grüße ausgesprochen an den Roland Winkler. Aber fälschlicherweise haben wir ihn Roman Winkler genannt. Das ist der Wirt vom Holzwurm in Herzbruck. Da sind wir eben öfters mit der Band. Und dieses Mal machen wir es einfach besser. Und schöne Grüße an den Roland Winkler aus Herzbruck. Und bis bald mal im Holzwurm. Oh, da war der bestimmt traurig und beleidigt, als ihr den falsch ausgesprochen habt. Ja, wir mussten uns schon was anhören. Ordentlich Trinkgeld wiedergeben. Nö, wir haben sogar was bekommen. Achso, weil wir jetzt quasi Werbung für den Holzwurm in Herzbruck machen. Geht da unbedingt mal hin, Leute. Und wenn wir jetzt schon bei eurer Lieblingskneipe beim Feiern und Trinken sind, wir verleiben uns jetzt, würde ich sagen, noch einen Song ein. Was hören wir? Der nächste und letzte Song trägt den Titel Rise. Geht quasi um Mobbing. Auch wenn andere sagen, dass es eben scheiße ist, was man macht und links, aber man dran glaubt, dann soll man seinen eigenen Stiefel durchziehen. Das Schöne eigentlich an dem Song war oder ist die Resonanz, die wir derzeit erfahren, dadurch, dass viele YouTube-Kanäle das mittlerweile teilen, dass jetzt schon öfter das Feedback auch kam, dass dieser Song tatsächlich Leuten geholfen hat. Also, dass anscheinend es viele gibt, die unsere Songs hören, die Depressionen haben und irgendwie gesagt haben, dass sie eigentlich mit dem Song, also, dass sie kurz davor sogar standen, Suizid zu begehen und mit dem Song eben anscheinend wieder den Mut gefasst haben, weiterzumachen. Das ist ja wirklich krass. Ja, den hören wir uns jetzt auf jeden Fall gleich mal an. Und wenn man eure Songs dann nochmal nachhören will, wo kann man euch finden im Internet zum Beispiel? Bei uns gibt es prinzipiell zwei Plattformen, auf denen wir eigentlich präsent sind. Das ist einmal Facebook natürlich oder auf YouTube kann man auch mittlerweile einfach nach Blockheads suchen und wir sind, glaube ich, ganz oben, weil wir jetzt eben die letzte Zeit so viel Feedback bekommen haben. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend, finde ich. Und vielleicht reicht es ja dann dieses Mal auch für den Sieg beim Energy Soundcheck. Auf meinst Beste. Und damit es mit dem Sieg auch klappt, müsst ihr die Blockheads unterstützen. Klickt mal auf energy.de, da findet ihr alle Bands aus dem Monat Mai, die dabei waren, die alle ihre zweite Chance bekommen haben und votet da für eure Lieblingsband. Und wenn ihr selbst mal dabei sein wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch bewerben beim Energy Soundcheck. Ihr müsst auch vorher nicht schon mal dabei gewesen sein. Schickt eine Mail an soundcheck.energy.de mit eurer Bewerbung, Songs, ein paar Infos und eure Telefonnummer und dann könnt ihr auch dabei sein, hier am Sonntagabend im Studio. Und jetzt zum Abschluss hören wir euren Song Rise an. Dankeschön, Blockheads, dass ihr da wart. Wir haben zu danken. Ciao. Ciao. Just keep up, soldier, it won't be easy Just stand up right while you suffer all this pain Just stand up right there to face it all again And when they say you're enough and try to resist them You are not as faint as you think Giving up is no solution Don't you think it's time to move on? You gotta stand up when you're pushed down Don't say to sitting locked down on the ground And when you start to fall, forget your fear Cause you will have to rise above it Then you're self-made And when you made it, don't hide the speechless Do not pretend you don't see what's happening Because you know the way it feels So when you see them crossing, try to resist them Try to recall your position Now you have the force to change it Don't you think it's time to tell him? You gotta stand up when you're pushed down Don't say to sitting locked down on the ground And when you start to fall, forget your fear Cause you will have to rise above it 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020